Eine große, unglaubliche Ehrungsveranstaltung für den Breitensporten, Aushängeschild Nummer 1. Beide, der Bundespräsident und Herr Hörmann, haben beschrieben, worauf es ankommt. Ich finde es unglaublich, bin sehr beeindruckt von der Vielfalt derjenigen, die sich hier beworben haben. Ich weiß um die Vielfalt derjenigen, die leider nicht dabei sein konnten, aber dahinter stehen, nämlich die ganzen Vereine, die sich in der ganzen Bundesrepublik beworben haben. Super Veranstaltung, toll.